Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen Browsers-Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Zuschauerrunde mit dem lieben Brawl Team 2 aka Tyrant 1 von YouTube. Wenn euch dieses Video gefallen soll, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Und wenn du mit mir eine Runde zocken willst, schreib es in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go, Amigos! So, wir machen eine Zuschaueraufnahme. Als erstes gucke ich natürlich immer euer Profil an. Lil Bros. Hört sich gut an, der Name. Und hier, sein Lieblings-Brawler ist auch der, der im Pass hier gerade momentan thematisiert wird. Also sehr, sehr, sehr cool. Fühlig. 18.000 Trophäen, das ist okay. Das ist auf jeden Fall stabil. Brawler 555,85 ist auf jeden Fall ausbaufähig. 48er Edgar. Junge, Junge, Junge. Da sehe ich schon die Kommentare brennen, wenn jemand Edgar sehr, sehr hoch gespielt hat. Ansonsten sieht es ganz gut aus mit Daryl, Larry und Laurie. Mortis, Leon, es sieht okay aus. Also es ist auch ausbaufähig, aber sieht okay aus. Wir spielen Dual Showdown und ich soll Leon spielen. Ihr dürft euch in den Zuschauerrunden immer aussuchen, welchen Border ich nehme und welchen Modus wir spielen. Drei Runden lang. Und ja, wir gehen in Dual Showdown rein. Let's go. So, und falls ihr mit mir eine Runde zocken wollt, hier oben ist meine Idee. Ganz versteckt mit dem Twitch-Chat und YouTube-Chat. Äh, Yonda Amigo TV. Dann könnt ihr mich ganz einfach adden. Und kommt einfach in den nächsten Stream, in den nächsten Brawl Stars Stream. Und dann können wir zusammen eine Zuschaueraufnahme machen. So. Ich glaube, die Runde sollte eh einfach sein, weil... Ja, ich hab... Ich hab nicht so Leon durchgesuchtet. Heißt, es müsste einfach sein. Das ist ein Kid. So, easy. Können wir sehr, sehr viel Solo spielen, ey. Wo sind die Gegner? Ah, da. Oh. Deine Mike, ja, das ist einfach... Deine Mike. Wir kommen und holen dich. Easy. Ey. So. Das war auf jeden Fall durchrushen. Wie sonst was. 3-0, 1-0. Wir gehen direkt in die nächste Runde rein. Let's go. Okay, erste Runde war wirklich zu einfach. Hoffentlich haben wir hier ein bisschen Struggle in der zweiten Runde drin. Und Brawl Tim spielt auch den neuen Brawler. Aber wie heißt nochmal der Brawler? Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr den Brawler findet. Und ob ich den Brawler auch mal spielen soll. Und ob ich dann auch mal vielleicht einen Guide dazu bringen soll. Was ihn denn sehr, sehr nice findet. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber demnächst sollen halt auch wieder neue Brawler dazukommen. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt. So, da ist ein Kid. Hallo, Kid. Ey. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn da passiert? Da wurden wir auf einmal richtig abgesnackt. Das ist belastend. Wir gehen in die dritte Runde rein. Gut. Diesmal darf kein Fehler passieren, wie gerade eben. Ich bin immer noch verwirrt, was da passiert ist. Auf einmal waren wir tot. Und sind Platz 5 geworden. Richtig belastend. Aber jetzt wird auf jeden Fall ein Sieg wieder gut. Gehen wir in die Mitte. So. Oh Gott. Ich bin fast down. Oh, El Primo stoppt ab. Klassiker. Dafür holen wir Primo. Und jetzt ist es schon Showdown. Egal. Das ist ja so einfach. Aber da unten. Easy. Den Samet holen wir auch noch. Bin ich weg. Why are you running? So. Easy. Egal. Das waren ja so drei schnelle, entspannte Runden. Richtig nice. 4 0 1 0. Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Denn jeden Tag empfiehlt es nur. Kommt ein neues YouTube Video raus. Und wenn du mit mir zocken willst, add mich. Yonda Amigo TV. Hier oben steht es nochmal. Meine ID. Und wir sehen uns im nächsten Video. Adios Amigos. Ciao, ciao. Like das Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, like und type, das ist wichtig.